mal Moller ohne Herzen kommt zurückzunehmen was spielen wir was der Träger ein und das hat gesagt wo ist man es dann wird 3 ist diese dunkle Bindung es ist die ist es die ihr vor Ort der den eigenen Energiestoß der den erneutete der als er erst getroffenen Gegner zwei Sekunden lang festhält und hier das ist nicht am ganzen Spiel ich werde in Kassen täglich spielen ein Leben wie er wieder dahin aber das so macht und ich würde sagen ich nur mach mal kurz wieder nur eine Brechung und mach mal das wie das letzte Mal wusste geklappt hat ne m bis gleich so da sind wir auch schon wieder zurück ja das läuft schon anders so den ist doch super wieso spielt er eigentlich doppelt unten weil man das so macht ad tank unten aber du hast wahrscheinlich nen Tank oben was auch okay ist ha gesteilt der will das so ist dann so er kommt drauf wo ist denn der ja der ist weg ja ich kann nicht ich schlage euch mit der Keule ein da genau Ignite Noob ich hasse es ich hasse Ignite Noobs muss schreiben Ignite Noob schreib mal Ignite Noobs na nö mach du doch na nö alter ich hab mein Charge noch nicht nervt netz künftig noch Platz für jene die es tun werden er hat das kann ich auch recht fest und schon verkacken müssen wir haben ja schon gesagt werden aufs Maul kriegen er ist doch eigentlich egal also ich fühle ich dich so ich will nur Spaß so oder wird siehst du das anders eigentlich geht es doch um Spaß sie ist genau gleich sagt ja schon der Kanaltitel ne haha also es ist auf jeden Fall ein deutscher das ist gut und der weiß halt dass auf YouTube kommt ja da darf man fehlen aber das ist hier wie nennt man es das Aufnahmesyndrom weil wenn du aufnimmst bist du meistens schlechter ist eigentlich auch ein Spaß am Spiel heißt es doch ach fick dich ich komm ich hab kein Heal deswegen ich kann noch nicht doch stunnen könnte ich der will ja der will dich da hinten reinlocken Stuntreffen hilft ja aber wir haben auf jeden Fall Flash rausgehauen Ups Minion Steel höh ich brauchte nicht ich brauchte nicht ich geh mal back und tue mal Heal naja schön dass du pingst lol was denn die Kata ist übelst lucky weggekommen eigentlich hätte mein Kuh getroffen und dann wäre es weg ich will mal ein bisschen anders drum laufen die Überraschungsmomente ist das wichtigste also mit Seju so hoch reinzukommen das ist schwer vor allem gegen den Draven ach fuck ist dann verkackt ich wollte nur ein bisschen Geld da triffst du mal weißt du ja ich kann aber nicht mit dem Leben einfach mal reinrennen ich bleib mal hier stehen und schütz dich ich bleib mal hier stehen und schütz dich ich bleib mal hier stehen und schütz dich ich war noch ganz kurz so eine Perle der Verjüngung traven halt der hat back gesagt ja er hat es gepingt aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet ach der Yi legt sie mit dem Kuh an die wollen sich mit mir anlegen ja mhm mit der Seju die schon fast einen Penta gerissen hätte und der dann gesteilt wurde ja ich würde sagen es wäre schon fast so richtig scheiß Idee von denen aber machen sie einfach ich muss so richtig AP gehen dann sind sie gefickt ja sieh zu dass halt immer im Radius seine Ulti bleiben oder Stunson nach Ulti das ist sicherste das ist sicherste ist eigentlich ja ein so ein Snare Mist ich wollte ihn hinterm Tower stun das hätte mir eh nichts gebracht aber und mich nicht bekommen also ich kann mich jetzt nicht aufregen denn ich mache dasselbe wie du ich komme mal mit ich mache ein Bild den ich sonst auch mache halt nur ohne das jungle heiße auch da mir reicht schon es ist ich mache das leider zu oft ich mache das leider zu oft ich weiß ja nicht wie es bei dir aussieht aber irgendwie komme ich mit Morgana grad gar nicht klar ich habe Morgana noch nie gespielt ich kann dir dazu nichts sagen deswegen ich komme gar nicht klar das ist jetzt fies die gehen zu dritt auf dich alter komm dive me dive me die Sie gibt es mir jetzt den Schild Wahnsinnig, ich habe einen Kogelf gesehen und wollte nicht, dass du reckst Ich wollte ihm zwar jetzt zum Recken bringen, aber naja Ich schmeiße, es ist ein Grund so weit vorne hin Naja, schön aus der Range halten, damit sie keine Erfahrung kriegen, ist schon gut so Mich start dann das Feld drunter machen und dann Ulti Ja, ja, ich weiß, aber irgendwie RECK! Mein Ignite! Oh, sorry, schon wieder ans Mikro gekommen Hoffentlich kommt das heute Das andere Ich will das endlich haben Ah gut Yves ist gefiedelt Der hat schon Geisterklinge, also Der braucht nur eine Geisterklänge zu haben Wie ist es da, MoveEver? Damit habe ich eine Doppeltötung instant gezogen Boah, ich will da gar nicht mehr drauf Und wie ist es da immer abhauen? Und wie ist es da immer abhauen? Mann Falschen getroffen Ich weiß Aber wenigstens jemanden getroffen Da war eine Ulti beteiligt Das war eine Katarotie, die ich unterbrochen habe Ja, aber ich habe dafür die von Drave bekommen Ich bin am schlechtesten Ey, Spiel! Scheiße! Sag was Neues Wir spielen das nicht oft, deswegen Gefeeder da hier ist doch nice Nein, die meinen aber scheiße Okay Pushen ist wichtiger Hat schon recht Sag mal, sind die Wege hier länger oder täuscht das nur? Ich kann Pray-Als George Höller nein Verschlieg, bei der Noch nicht Es gibt Die